So, nach der Arbeit wieder zurück am Einwilliger Bahnhof. Ach übrigens, eine kleine Information. Ich hatte euch ja gesagt, an meinem Geburtstag machen wir einen Early Bird. Aber es hat sich kurzfristig einen Shuttle-Service gefunden, sodass der Early Bird um einen Tag verschoben wird. Das heißt, der Early Bird findet nicht morgen statt, sondern übermorgen, am Mittwoch. Morgen kann man zu etwas später losfahren. Was gibt es sonst für Besonderheiten? Also, natürlich, der Geburtstagsflag kommt morgen. Am Abend, also nach der Arbeit, ein klein bisschen Pendelino. Oder Trollibus-TV. Und zwar habe ich die Strecke Betriebgartenweg schon vollzählig. Dann gehen wir ins De Manja. Packen die Klinke aus. Und das war dann mein Geburtstag. Dann gehen wir am Samstag, den 27. November, ins Olandica. Da gibt es ein paar Flugs. Vielleicht auch ein paar On-Ride, aber ich kann es euch nicht versprechen. Und sonst schauen, was auf uns zukommt. Ich kann doch bitte nicht.